Also ich werde dann die Versammlung eröffnen, also es ist so, wir haben schon mal eine Demonstration hier gemacht, vor einem Monat, das ist jetzt die Folgedemonstration und die nächste Demonstration ist am 7.4., wenn ich mich nicht täusche, muss ich mal gleich nachgucken, geplant ist, 1.5. ganz groß zu machen. Ich denke, es gibt mehr als genug Gründe, auf die Straße zu gehen, es gibt mehr als genug Gründe, sich zu vereinen und ich muss auch da jetzt eine kurze Rede halten, ich bin gar nicht so der typische Redner, aber ich will auf jeden Fall etwas sagen. Und zwar, es waren alleine in diesem Jahr schon so viele Menschen in Berlin, es wurde so viel Geld verbrannt in Protest und ja, die Lage ist ein bisschen enttäuschend, denn am Ende fahren alle nach Hause und außer, dass man wirklich schöne Bilder gemacht hat, passiert nichts. Und ich denke, wir sollen uns darüber Gedanken machen, wie wir weiterkommen, wie wir diese Situation ändern können, durch normale Protestaktionen. Und wer von euch letztes Mal schon dabei war, hat mit Sicherheit mitbekommen, dass es eine Petition gibt mit der Forderung, die Ampel muss weg. Und ich denke, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, der uns alle, alle vereinen kann, sei es Bauern, Mittelstand, Menschen, alle. Denn noch vor zwei Jahren, ich weiß noch ganz genau, da waren auch einige Bauern hier in Berlin, da hat man sich nicht getraut, gegenüber Politik kritisch zu äußern. Und jetzt ist das doch ein bisschen anders, vor allem, wenn man die ganzen Spediteure anschaut und auch Landwirte, die sehr viel Plakate hatten mit der Forderung, die Ampel muss weg. Die Sache ist, nochmal, ich will das betonen, damit auch wirklich das nachvollziehbar ist, es gibt mehrere Arten des Widerstands oder des Aufklärens, es gibt Demonstrationen, es gibt Mannwachen, es gibt Aufzüge, Autokursen und was weiß ich nicht alles. Also ich habe, ich denke, wie ihr alle, habt schon alles mitgemacht in den letzten vier Jahren, alle, alle Arten und einfach mal diese Gedanke ankommen lassen. Stellt euch vor, es gibt eine Petition mit der Forderung, die Ampel muss weg, die von 60 Millionen Menschen unterschrieben wurde. Stellt euch einfach das vor, was das für eine gewaltige Kraft ist und vielleicht einer oder andere wird ja sagen, ja, du spinnst, wir kommen auf 60 Millionen Menschen. Das sind offiziellen Zahlen und zwar laut ARD Deutschland, die haben eine Umfrage gemacht, man kann von ARD halten, was man will, aber die haben eine Umfrage gemacht und 80 Prozent der Menschen sind nicht zufrieden mit der Bundesregierung und stehen nicht mehr hinter dieser Bundesregierung. Und diese 80 Prozent der Menschen in Deutschland, da sind über 60 Millionen Menschen. Was ich damit sagen will, wir müssen schaffen, bestimmte Instrumente, wo wir uns bündeln, wo wir uns vereinen. Auf der Straße 60 Millionen Menschen zu bringen, unmöglich. Und da, bei einer Petition, das ist eine Unterschrift. Was ist eine Unterschrift? Das ist schnell gemacht. Es ist auch schnell weitergeleitet. Und das könnte doch der erste Schritt sein, um uns zu vereinen. Ich habe gerade noch drüben gesprochen, auf der Straße, 17. Juni, mit einer Frau, sie sagte, ja, man lässt sich widerspalten. Der eine steht da, der andere steht da. Der eine will mit einem nicht, der andere will mit dem anderen nicht. Wir haben hier ein grundlegendes Problem mit der Regierung. Und lasst uns doch bei einem kleinen gemeinsamen Nenner vereinen. Und diese gemeinsame Nenner, da sehe ich sogar die Gesprächspartnerin, die ich gerade gehabt habe, auf der Straße 17. Juni. Der kleinste gemeinsame Nenner ist doch, die Ampel muss weg. Ja, aber gehen Sie bitte zu einem Bauer und erzählen Sie ihm das. Oder gehen Sie zum Mittelständler und erzählen Sie ihm das. Das ist dann schwierig. Wach auf, Europa! Wach auf, Europa! Der Krieg ist nah. Weißt du nicht mehr, wie schrecklich er war? Als die Stiefel marschierten und die Bomber flogen, Soldaten und Panzer durch die Länder zogen. Sie brachten Zerstörung und endliches Leid. Pass auf, Europa! Es ist wieder so weit. Weißt du nicht mehr, wie die Häuser brannten? Frauen und Kinder um ihr Leben rannten? Verkohlte Menschen auf den Straßen lagen? Europa, willst du das nochmal ertragen? Wie damals die Hetzer im nationalen Gewand, so zetern sie heute Hand in Hand. Offen und schamlos tragen sie dein Kleid. Pass auf, Europa! Es ist wieder so weit. Für Wirtschaft und Wachstum, für die heilige Gier opfern sie alles Mensch und Tier. Höre und sieh! Es ist der gleiche Geist, der dich wieder in den Abgrund reißt. Ich habe auch ein paar Plakate. Ich glaube, das ist die perfekte Zeit, diese Plakate anzubringen. Mit der Polizei ist alles okay. Wir sind jetzt auch weg wieder. Also wir sind jetzt hier unter uns. Wir haben hier ein offenes Mikrofon, also bitte, wenn jemand etwas sagen möchte, tut es. Wir haben hier auch einen Livestream und das wird direkt übertragen. Natürlich keine Aufrufe zur Gewalt, das es untersagt, aber wir sind ja alle friedlich sowieso. Wir sind friedlich, was seid ihr? Weißt du, 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 also klar, wir sind uns einig, die Ampel muss weg, aber was kommt danach? Was kommt danach? Was wollen wir erreichen? Wo soll es hingehen? Wie wollen wir später leben? Wir sollten uns Gedanken darüber machen und das vielleicht auch aufschreiben. Wir müssen wissen, was wir nachher später wollen. Soll die Geschichte weitergehen? Wollen wir in diesem System bleiben? Nein, das muss nicht sein. Ja, wie wäre es mit einer direkten Volksdemokratie? Macht euch mal Gedanken, denkt mal drüber nach, wie es sein könnte. Wenn es nur von uns nach oben gehört, von der kleinen Gemeinde, die höheren Instanzen dann übertragen wird, der Wille des Volkes. Zuerst müssen die Börsen weg. Ich meine ja, raus aus dem System, wir brauchen unsere eigene Währung wieder. Keine Anzahl, keine Abzahl. Ja? Okay, mehr wollte ich nicht sagen. Ich würde da gerne anknüpfen, weil ich habe das ja auch ein bisschen mitverfolgt. Die Sache ist, nochmal, wir brauchen einen kleinen gemeinsamen Nenner. Denn es gibt mehrere Stufen des Aufwachens oder, ja, ich sage das mal, Aufwachens. Und wir können jetzt nicht von Menschen verlangen, die gerade eine Stufe erreicht haben, dass sie sofort die Treppe hochlaufen. Und der kleinste gemeinsame Nenner, wie ich finde, und so sehen das auch Spiritüle, so sehen das auch die Bauern, die Ampel muss weg. Eine Unterschrift, nochmal, eine Unterschrift zu leisten, das ist nicht die Rede wert. Aber nochmal, wenn viele Menschen, Millionen Menschen das machen, dann entsteht eine Wir-Kraft. Das ist so. Es ist eigentlich ganz einfach, aber die Sache ist, bis jetzt hat das noch keiner geschafft. Sonst würden wir hier nicht stehen, das ist nochmal so. Und nochmal, ich erinnere euch, wie viele Menschen kamen nach Berlin und die wollten eine Veränderung. Wie viel Geld dabei verbrannt wurde. Alleine jetzt, letztes Mal, wo so viele Spediteure und Bauern hier waren, was das gekostet hat. Was man mit diesem Geld anstehen könnte, Gutes anstehen könnte. Anstatt dessen hat man was gemacht, Protest ein paar Tage und dann nach Hause gefahren. Es ist jede, jede Art des Protests ist sehr wichtig. Denn 99% der Menschen sind passiv, obwohl 80% diese Regierung nicht mehr haben wollen. Und nochmal, diese Menschen zu vereinen, auf der Straße, wird schwierig. Man sieht das ja die ganze Zeit schon. Der eine will mit einem nicht, der andere will mit anderen nicht. Aber auf jeden Fall. Ich kann jetzt gleich auch nochmal was dazu sagen. Ich weiß nicht, du kennst mich ja. Bitte. Wir haben auch ein Mikrofon. Komm. Ich hab nichts zu sagen. Ich hab eigentlich schon... Dankeschön. Ja, ich möchte an allererster Stelle eigentlich sagen, vielen Dank, dass ihr alle geschafft habt, heute hier dabei zu sein. Denn es gibt mehr als genug Gründe, auf der Straße zu sein, Gesicht zu zeigen. Und einer davon ist natürlich Frieden, den man in den letzten Monaten vermisst. Und ich nehme jetzt persönlich keine Seite. Keine Seite. Nicht von einer Regierung, nicht von einer anderen Regierung, nicht von irgendeiner Regierung. Ich nehme nur eine Seite. Und das ist pro Mensch. Fertig. Da gibt's nichts zu diskutieren. Ja, die Box ist leider... Die gibt nicht viel. Dann komm ein bisschen näher. Entschuldige. Die ist maximal aufgedreht. Ja. Nochmal, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Vielen Dank für das Stream. Alle, die zuschauen, bitte googelt die Petition. Die Ampel muss weg. Die ist auf Open Petition. Hat mittlerweile knapp zweieinhalb tausend Unterschriften. Es ist von einer Seite viel, von anderer Seite wenig. Wir können diesen kleinen Schritt alle gemeinsam machen. Und in diesem kleinen gemeinsamen Schritt können wir uns auch vereinen. So einfach ist das. Also da gibt's eigentlich nicht viel zu diskutieren. Und jetzt nehme ich gerne dir das Mikro, wenn das okay ist. Ich muss nur nachsprechen, weil das ist... Wir werden von vielen Regierungen... Ich habe mir Mühe gemacht. Ja, bitteschön. Immerhin. Ja, zuerst einmal hallo. Ich bin der Marco. Ich bin auch seit Anfang Januar hier in Berlin mit dabei mit der Bauernmahnwache. und habe halt eben auch die Bauernmahnwache. Ich bin der 14. und 15. Januar hier geschützt. Also ich muss Roman definitiv beipflichten. Es ist halt eben ganz einfach so, dass was momentan hier mit der Spaltung allgemein in Deutschland los ist. Das geht überhaupt nicht. Was sagst du? Ein wenig lauter, bitte laut. Ja, das ist ein bisschen mehr heran. Dann hol doch mal deine Technik von da hier her. Die ist doch laut genug. Ja, die ist ja schon nach Hause gefahren. Wieso ist die nach Hause gefahren? Weil die um 14 Uhr losgefahren sind, weil die morgen wieder alle arbeiten müssen. Mimimimi. Also wie gesagt, das was ich sagen muss, ist ganz einfach, Roman hat definitiv recht mit der ganzen Geschichte mit der Spaltung, was hier in Deutschland im Moment geschieht, geht überhaupt nicht. Das kriegt man hier in Berlin halt eben auch ziemlich viel mit, dass halt eben sehr, sehr viele Organisationen dabei sind, Sachen auf die Beine zu stellen. Und halt eben auch auf die Straße zu gehen. In meinen Augen sind wir wirklich auch für ein und dieselbe Sache da. Sagen halt eben wirklich auch das, was Roman jetzt schon vorhin schon 10, 20 Mal, glaube ich, erwähnt hat. Die Ampel muss weg. Warum bekommen wir das hier in Berlin nicht hin? Dass wir einfach mal gemeinsam an einem Strang ziehen. Egal, sei es im Endeffekt, wenn die Landwirte irgendwas anmelden, ob der Mittelstand irgendwas anmeldet, ob im Endeffekt die Gelbwestenbewegung irgendwas anmeldet oder halt eben der Roman irgendwas anmeldet. Ja, es gibt so viele Organisationen hier in Berlin, die was anmelden. Warum bekommt man das nicht hin, dass im Endeffekt alle gemeinsam auf die Straße gehen? Warum muss im Endeffekt irgendwo gebettelt werden, Leute kommt her und bla bla bla. Ja, das geht überhaupt nicht. Das tun wir schon seit vier Jahren, das ist ja schön. Wir müssen alle auf den Starten. Genau, richtig. Zur Bauern-Demo werden viel mehr gekommen. Die wurden ja nicht reingelassen nach Berlin. Die wurden ja überall abgefangen. In den anderen umliegen Norden. Ja, die wurden ja in Nauen wurden zum Beispiel abgefangen. Ja, das ist richtig. Das ist aber dann aber auch teilweise ein Problem der Anmeldung ganz einfach auch gewesen. Wenn Sie zum Beispiel mit den Traktoren unterwegs waren und es steht in der Anmeldung nicht drin. Achso, das Problem. Nein, die haben gesagt, Berlin ist voll. Es geht keiner mehr rein. Und da haben die mich reingelassen. Ja, wo? Das habe ich auch gehört. Ja, mag sein. Ich habe gesagt, Bad Hellers auch bei uns auch sein. Ja, gut, aber das ist halt eben dann... Ja, aber ganz ehrlich gesagt, dann lasse ich das Auto stehen, fahre mit der Bahn rein. Ja, da fahren ja auch alle Traktoren, LKW, TKW, welche. Aber die wurden alle auf dem Obenstein-Fahrplatz abgeschickt. Die wurden nicht hier rein, haben gesagt, Berlin ist voll. Ja, gut, aber es ist ja im Endeffekt, es ist ja dann in der Hinsicht damals mal eine Beschränkung der Meinungsfreiheit und des Demonstrationsrecht. Also es waren aber auch viele da, das muss man auch sagen. Es waren verdammt viele. Und eigentlich, wenn die hier geblieben wären, dann wäre das auch schon vorbei. Ganz einfach. Es war komplett, die Straße, 17. Juni war komplett voll. Was muss da noch passieren? Bis zum Sternhof war die da. Ja? Auch dahinter war komplett alles voll. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, gar keinen Sinn. Genau, oder gar keinen Sinn. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe hier auch noch mal einen Aufruf, ich weiß nicht, ob ihr den schon bekommen habt. Ich kann nicht lauter, weil die Box nicht lauter geht. Sorry. Richtig. Und zwar am 9.3. um 15 Uhr gibt es hier in Berlin noch mal eine Volksdemo. Und zwar vom Hauptbahnhof aus. Ja? Richtig zum Laufen. Ja, eine richtig zum Laufen. Genau, richtig. Ich soll wieder spazieren. Am 9.3. um 15 Uhr. Okay. Genau, richtig. Es ist auch wirklich jeder recht herzlich eingeladen, an dieser Demo teilzunehmen. Es läuft halt eben auch unter dem Slogan, gegen die aktuelle Bundesregierung, für Deutschlands Souveränität, gegen die Spaltung der Gesellschaft, für deutsche Politik und gegen die Kriegsbeteiligung Deutschlands an den Ukrainerkrieg. Wer hat die angemeldet? Es ist angemeldet, alles. Wer? Wer? Wer hat die angemeldet? Nee, steht nicht drin, aber es ist definitiv angemeldet. Ich habe mit zwei gesprochen, die dabei sind. Steht doch auf der Friedensverkaufbahn. Steht doch auf der Friedensverkaufbahn. Wo ist der Tag? Am Hauptbahnhof. Direkt am Hauptbahnhof. Genau. Die Uhrzeit stand nicht wahr. Ja, 15 Uhr. Genau. Vielen, vielen Dank. Es kam gerade eine Frage, was ist eigentlich mit dem offenen Brief passiert? Und zwar, ich hatte ja eine Initiative gehabt, ein offener Brief, in dem auch gefordert wurde, rückte die Regierung und am Ende waren da über 120.000 Unterschriften und die Sache ist, dieser offene Brief war auf eigener Plattform, also auf eigener Webseite und leider ist das so, dass diese Internetseite kaputt gegangen ist und jetzt aus dieser Erkenntnis hat sich herausgestellt, dass es viel einfacher, schon fertige Produkte, also fertige Petitionenplattformen zu benutzen, anstatt selber eine zu betreiben, weil ich bin ein ganz durchschnittlicher Mensch, der keine riesige Summen hat zur Verfügung, wo man das auch professionell aufziehen kann, sondern ich habe minimalsten Mitteln zur Verfügung und ich versuche das Beste daraus zu machen. Und nochmal, ich möchte betonen, eine Petition, weil es gibt wirklich ganz viele kritische Stimmen, die sagen, ja, man hat schon eine Petition irgendwann irgendwas gebracht. Natürlich bringt diese Petition nichts, wenn man die einfach in einer Schublade liegen lässt und nichts damit macht. Wenn man aber diese Petition promotet, Punkt 1, Punkt 2, wenn man auch eigene E-Mail-Adresse, bei der Unterschrift von der Petition hinterlässt, dann kann man demnächst dann auch Aktionen starten, dadurch, weil dann hat man den Kontakt zu dem Menschen, der unterschrieben hat, dann kann man auch viele, also ob lokale Demonstrationen oder aber auch eine große in Berlin machen. Nochmal, ich will betonen, wir haben vor, am 1.5. hier ganz große Demonstrationen zu machen. Es ist noch Zeit bis dahin, aber wir müssen alle was dafür tun, damit es auch groß wird. Denn ein Mensch kann nur begrenzt schaffen. Wenn aber jeder was dafür tut, sei es ein Unterschied. Was ist ein Unterschied? Sei es Flyer verteilen. Es gibt noch keine Flyer für den 1.5., aber die müssen noch auch entwickelt werden. Vielleicht kann einer einen Flyer entwickeln, der andere kann verteilen. Der Dritte kann ein Interview machen oder Promotion oder sonst irgendwas machen. Jeder kann was machen. Die Sache ist, nochmal, versteht das, bitte, das ist sehr wichtig, dass wenn jeder was dafür tut, dann ist es in Masse so gewaltig, dass es nur durch die Decke gehen kann. Was ist so? Am 3.8. ist auch eine Großdemo mit Michael Börwig. Da ist wieder angemeldet, ganz groß. Also auch da kommen, da kommen sehr viele, was Oma schon gesagt hat, jetzt müssen wir auch alle auf der Straße stehen. Alle gemeinsam für das ganze Volk. Ob das Pflege ist, ob das Bauern sind, ob das Handwerker ist. Wir müssen eigentlich, kann man sagen, es ist egal welchen Beruf man ist, eigentlich die ganzen Menschen müssen auf der Straße stehen und das für die alten Menschen, gerade die haben die Kriege miterlebt und gerade für die müssen wir erst recht kämpfen. Und für mich sind immer noch die alten Menschen die hellen, gerade weil sie ohne, ohne, also ohne Hilfe, seit immer angewiesen waren, die haben alles alleine aufgebaut und darum finde ich das sehr traurig, dass man doch in anderen Ländern Waffen liefern mussten, weil die alten Leute, wie gesagt, die hatten wirklich keine Hilfe. Und das wollte ich immer sagen, denkt an die alten Menschen, redet mit den alten Menschen. Ich komme von der Pflege, ich arbeite leider nicht mehr in der Pflege, habe jahrelang in der Pflege gearbeitet, aber ich arbeite weiterhin mit behinderten Menschen, mit alten Menschen in der Betreuung und die alten Menschen sind mit dem Herz gewachsen und ich werde weiterhin bis zum Atemzug weiterhin für die alten Menschen kämpfen. Und das sollten wir alle und nicht die alten Menschen vergessen. Auch unsere Kinder sind sehr wichtig, dass die nicht gespalten werden. Auch da müssen wir kämpfen, dass die hier weiterhin eine schöne Bildung haben. Ich bin selber Mutter von einer 21-jährigen Tochter und wie gesagt, alle auf der Straße, dass wir alle wirklich die Leute ansprechen. Ich spreche mit vielen Leuten draußen, habe mich jetzt gerade wieder mit der älteren Dame unterhalten in der Bahn. Und einfach die Leute rausbewegen, auch beim Einkaufen sollte man die Leute ansprechen. Und dann wird es auch was, auch wenn die ein bisschen rummaulen, die rummaulen, einfach links fliegen lassen, die sind nicht hier für unser Land. Die wollen einfach hier weiterhin unseren Krieg haben. Ich möchte keinen Krieg haben als Mutter. Ich möchte weiterhin wirklich hier leben in Deutschland. Ich möchte mich mal bedanken sagen, für alle, die hier jetzt stehen. Und ich kann einfach mal bedanken hören. Ich glaube, ich würde heute sehr oft wiederholen, kleine gemeinsame Nenner. Kleine gemeinsame Nenner. Bitte, nehmt das heute alle mit nach Hause, denn es bringt alles nichts, wenn das ein oder zwei Menschen erkannt haben und wissen das für sich. Wir müssen uns vereinen und das geht am einfachsten, am einfachsten durch eine Petition. Und eine Organisation, sei es eine große Demonstration oder aber auch Aktion, also ich meine, alle Grenzen, die uns gesetzt wurden, sind, die sind uns aufgelegt. Die gibt es eigentlich gar nicht. Also ich spiele mich jetzt einfach mal, stellt euch vor, eine Million Menschen schreibt einen Brief an Kanzler Olaf Scholz. Oder eine Million Menschen zahlen, es ist jetzt natürlich sehr, sehr groß gegriffen, zahlen nächsten Monat die ZIT-Gebühren nicht. Oder eine Million Menschen kommen nach Berlin. Also ihr merkt, wird sich das was ändern. Alles andere, so ist meine Betrachtung, ist zum Scheitern verurteilt. Und das haben wir wirklich in den letzten vier Jahren zu oft gesehen. Also ich war wirklich bei sehr, sehr vielen Demonstrationen, auch jetzt letzte Woche Montag, ne, diese Woche Montag, genau, diese Woche Montag, war ich in Bautzen. Da waren wirklich viele Menschen, auch einige Traktoren. Es war tolle Stimmung. Aber nochmal, man hat Aufzug gemacht, man hat tolle Reden gehalten. Du hast eine Aufrufung gerichtet. Dankeschön. Die Sache ist, sobald man diese Oase verlässt, also nach draußen geht, läuft das Leben weiter. Und da will momentan keiner aufhören mit weiteren Waffenlieferungen, weiteren Eskalationen in Kriegen, weitere Verteuerungen. Oder habt ihr irgendwas erfahren? Habt ihr euch was verpasst? Also, es geht weiter. Es geht so lange weiter, bis wir uns endlich vereinen bei einem kleinen Gemeinden in der Lande. Möchte jemand was sagen? Wir haben, wie gesagt, hier eine super tolle Box. Bitteschön. Ja, okay, ich probier's mal. Also ich glaube persönlich, dass wir alle kommunal anfangen müssen. Wir warten immer darauf. Ich meine, jeder von euch war schon auf Riesendemos gewesen, oder? Jetzt fragt euch mal, wo wohnt ihr denn jetzt? Guckt mal, und dann dort, wo ihr wohnt, wo Gott euch hingesetzt hat. Eure Nachbarn, euer Arbeitsplatz, eure Familien. Ihr müsst da anfangen. Und dann müsst ihr kommunal, praktisch wie eine Gruppe, weißt du, fangt an mit einer Suppe, ladet eure Nachbarn zum Essen ein. So simpel. Also, ich sag mal, ich glaube einfach weniger daran, dass wir, wie soll ich sagen, aber jetzt kommt, wir haben jetzt so viele Demos gehabt. Wir müssen uns selber ändern, und dann muss das ausstrahlen, unser Ohrfeld. Irgendwie, die Box, tut mir leid hier. Ich glaube daran, es muss ausstrahlen von euch persönlich ins Umfeld rein. Und da müssen wir uns einfach nackig machen, sag ich mal. Nackig im Sinne von, selbst wenn die Menschen uns angreifen. Also mich haben sie auch schon rausgeschmissen. Ich will dich hier nicht im Büro. Du warst mit den Nazis laufen in Leipzig. Ich kannte die Kollegin gar nicht. Ich kannte sie nicht. Am Ende war es aber so, ganz am Ende hat sie mich eingeladen zu ihrem Mittagessen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Das heißt, wir dürfen gleich einknicken. Wir müssen weitermachen. Ja, wir müssen weitermachen. Und gebt die Botschaft weiter, gebt die Wahrheit weiter, erzählt den Menschen. Klar, man soll mit den Toren nicht streiten, steht schon in der Bibel drin. Aber auf der anderen Seite sollen wir Licht reinbringen in die Lüge. Wir müssen die Lüge aufdecken. Und wir sollen immer für Christus streiten. Ja, wir sollen letztendlich, können wir ihn sehr gerne als Vorbild nehmen. Wer hat auch gestritten für uns? Ich will euch einfach Mut machen, nicht auf die Riesen-Mega-Demo zu warten, sondern da anzufangen, wo ihr seid. In eurem Umfeld. Von klein an. Das sind Wellen, das sind Lichtpunkte in ganz Deutschland. Ihr könnt nicht auf den Großen warten. Seid ein Licht in eurer Umgebung. Fangt bitte dort an. Tut mir das. Ja, aber es ist ja nie zu spät. Natürlich. Früher, früher. Lange noch. Vollkommen. Ich sage es ganz einfach, es ist eine Familie. Ja, WAO, ich weiß, du, absolut. Jeder, ja, du, ich will hier gar nicht widersprechen. Fang da an zu strahlen. Fang mit der WAO an. Fang an bei dir, in deiner Nachbarschaft. Lade die Leute ein. Klär sie auch. Aber wie lange, wie lange soll es dauern? Wie lange soll es dauern? Der nächste ans Mikro. Dazu ist es da, Leute. Meine Botschaft. Ja, danke. Wir sind ja gerade ein bisschen länger schon unterwegs. Wir haben die Schlauze voll, haben wir. Von einer Seite auch schwer. Das Wetter wird schon schlecht für die Regierung. Es sind jetzt mittlerweile knapp vier Jahre. Vier Jahre. So, mag noch jemand ihr offene Mikrofon? Komm. Ja, auch. Ich? Nein. Probier, das ist gut. Jetzt darf jeder. Okay, eigentlich habe ich nicht wirklich viel zu sagen. Jeder hat seinen eigenen Grund, auf die Straße gegangen zu sein oder gegen diese jetzige Regierung zu sein. Der eine aus politischen Gründen, der andere aus religiösen Gründen. Der dritte, weiß ich nicht, aus seinen eigenen Gründen. Aber wie gesagt, der gemeinsame Nenner, dass die Ampel oder diese Diktaturregierung hier nicht nur durch unsere Ampel, sondern weltweit durch die Globalisten erfolgt, dass wir die beenden. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir alle so viel Angst haben, dass man uns den Führerschein wegnehmen könnte. Oder, wenn wir geht, es hätte nicht mehr zahlen, unser Konto pfänden. Aber heute ist Sonntag und Gott sagt, macht es wie die Vögel, macht euch keine Sorgen. Die Lösung wird Gott schon finden und präsentieren. Und wenn wir zusammenhalten und ich als Christ denke, die Nächstenliebe ist das Wichtigste, unseren Nächsten anschauen, seine Bedürfnisse sehen und helfen, wo wir helfen können. Denn brauchen wir keinen Lohn. Wir brauchen auch keinen Führerschein. Wir können uns selber helfen. Und wenn wir alle zusammenstehen, dann sollen mal die Regierenden sehen, wo sie anfangen, uns aufzuräumen und welchen Führerschein sie zuerst wegnehmen oder welches Konto oder Land zuerst fänden. Und in diesem Sinne wünsche ich allen gesegneten Sonntag immer weiter Mut und wir dürfen unser Ziel nicht aus den Augen lassen und müssen immer weiter auf die Straße gehen. Raus aus der Komfortzone und raus aus der Angst. Gesegneten Sonntag. Ich habe jetzt nachgeschaut am 7.4. ist die nächste Demonstration um 14 Uhr. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, jeder ist gefragt, jeder kann was dafür tun. Ich kann das alleine nicht alles tun. Genauso wie jetzt zum Beispiel mehrere Menschen das Ganze dokumentieren. Das ist auch sehr wichtig. Wir haben hier Livestream. Das wird direkt übertragen ohne Schnitt und ohne irgendeine Zensur. Obwohl ich eigentlich auch schon einen Put aufgemacht habe, die Zensur, was man in den letzten vier Jahren zensiert hat auf YouTube, hat man jetzt auch Interesse ein bisschen vergessen, finde ich. Also wenn man jetzt einfach nach draußen geht und sich umschaut, es ist alles in Ordnung. Auch in Ordnung, dass es so stark zensiert wurde. Dabei, wenn man wirklich da einsteigt und ein bisschen recherchiert, wieso wurde denn überhaupt zensiert? Darf denn überhaupt eine Zensur stattfinden? Eigentlich nicht. So. Man hat aber sehr stark zensiert. Auch mein YouTube-Kanal wurde zensiert. Dabei wurden da nicht mal irgendwelche Falschinformationen verbreitet, sondern es wurde ganz klar gesagt, dass es eine gewisse Gruppe Menschen gibt in Deutschland, die bewusst unterdrückt wird. Das hat schon gereicht, um einen YouTube-Kanal zu löschen. Ein Pastor, der die Worte aus der Bibel spricht, der wird als Volksverhetzer vor das Gericht gestellt. Das heißt, wenn die Bibel jetzt kriminalisiert wird, dann wissen wir eigentlich, wo wir stehen. Genau so zum Beispiel war ich bei Heinrich Habig, das ist der Arzt aus Bochum, aus Recklenhausen, Entschuldigung, der 16 Monate in U-Haft saß. 16 Monate! Das muss man sich mal vorstellen. Also ich weiß nicht, ob ich das durchstehen würde, 16 Monate, den einfach mit Erkenntnis in Untersuchung zu sitzen, dass man alles richtig gemacht hat. Man hat Menschen geholfen in einer ganz, ganz schlimmen Zeit. Man hat den Menschen eine Freiheit gegeben, die ja regelrecht genommen wurde, uns allen. Also das kann man jetzt auch nicht leugnen oder wegdiskutieren, dass hier nicht bewusst tyrannisiert wurde, dass hier bewusst Menschen unterdrückt worden sind. Und, wir sind ja auf YouTube, darf ich nicht sagen. Lass mal. Ja, also es gibt so viele Themen. Und nochmal, ich kann es nur wiederholen und wiederholen. Kleine gemeinsame Nenner. Es bringt alles nichts, wenn wir keinen kleinen gemeinsamen Nenner haben, wenn wir uns nicht alle vereinen, sei es Bauern, sei es Mittelstand, sei es Menschen, sei es aus medizinischem Bereich, Mitarbeiter, egal aus welcher Branche, alle, alle sind betroffen. Das ist ja auch der Punkt, ob die Preissteigerung, ob der Krieg, es betrifft uns alle. Und ich muss leider jetzt ein bisschen widersprechen, vorhin reden, wir haben wirklich versucht, die letzten vier Jahre so viel aufzuklären. Wir haben doch versucht, es gibt einige Ärzte, die versucht haben, aufzuklären. Es war wichtig, aber haben wir eine große Veränderung gebracht? Hat das eine große Veränderung gebracht? Und ich denke, der kleine gemeinsame Nenner, der uns wirklich alle vereinen kann, das ist der Weg, den wir alle gemeinsam gehen können. Und nochmal eine Unterschrift, es ist nicht wirklich viel verlangt. Ja, mag jemand was sagen? Bitteschön. Der goldene Mikrofon ist da. Offenes Mikrofon heute hier. Also es ist wirklich mutig schon, was hier vorne zu sagen. Also erstmal Applaus. Ich hatte gerade ein lustiges, Gespräch hier am Rande mit zwei Männern, die mich nicht kennen, wissen sie ja auch nicht und ich kenne sie auch nicht. Ich muss sie ja auch nicht kennen. Und ich wollte jetzt heute, wenn ich die Gelegenheit habe hier, vom Reichstag zu sprechen an alle, will mich da nicht in den Mittelpunkt drängen, eigentlich ist mir das zuwider, und wollte einfach mal Haltung beziehen. Da ich das kenne, weil ich mal im Altersheim gearbeitet habe, da habe ich mich auch nicht aus Solidarität impfen lassen. Da habe ich zu meiner Kollegin gesagt, ich knalle auch nicht irgendwo in Afghanistan. Und jetzt hatte ich hier dieses Gespräch mit diesen zwei Herren, die mich irgendwie, wie nennt man den Ausdruck, neudeutsch framen wollten, weil ich gesagt habe, ich stehe zu Russland. Ganz einfach. Und das würde ich mir auch mal wünschen im Bundestag, dass Leute auch zu dem stehen und sich nicht irgendwie wie ein Stück Seife flutschen lassen oder so, damit sie auch, ja, das Richtige sagen. Nein, ich stehe zu Russland, mir hat kein Russe was getan. Ich war als Kind in Russland. Die Piloten haben uns als Kinder das ganze Cockpit gezeigt. Und warum soll ich das nicht hier einfach mal vom Reichstag sagen? Und dann wollten diese beiden Männer, haben auf mich eingeredet, ja, was müsste denn passieren, damit ich den nicht mehr mag? Da habe ich gesagt, was ist denn das für eine blöde Frage? Ja, das wollte ich jetzt hier einfach mal zum Ausdruck bringen. Einfach mal Haltung zeigen. Und wenn er mich gefragt hätte, ich würde, ob ich was gegen Ägypter habe, dann, was soll ich gegen Ägypter was haben oder so. Solange mich niemand irgendwie beraubt oder tötet, da kann ich sowieso nichts mehr sagen. Oder irgendwie schubst oder, ja, über Beleidigungen, da ist man ja auch manchmal ein bisschen erhaben. Da muss man sich auch nicht gleich aufregen. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ich stehe zu Russland. Das ist meine Haltung hier vor dem Reichstag. Ja, so ist es auch. Und das bleibt uns nur. Ja, danke schön für diese mutige Worte. Also nochmal, hier ist ein offenes Mikrofon. Kann jeder gerne was sagen. Einzige, wir müssen mir diese, diese eine Thema, die uns jetzt alle vier Jahre beschäftigt hat, nicht bei Namen nehmen, weil wir sind auf YouTube unterwegs und YouTube zensiert immer noch, immer noch, diese Thema. Also nicht bei Namen nehmen, diese ganz tolle... Dann ist das weg. Ja, also das, wenn gewisse, wenn gewisse Sachen gesagt werden, dann zack, weg. Da kann einer nur bestätigen, also auf YouTube wird immer noch zensiert, ich kann das auch bestätigen, es wird immer noch zensiert, obwohl eigentlich schon ja alles oder so gut wie alles zurückgenommen wurde. Bitte schön. Ja, ich wollte nur nochmal ergänzen zu der Vorrednerin. Ich habe ja bei diesem Gespräch dabei gestanden. Also mir ging das wieder tierisch auf den Keks. Mit heutigen Linken ist eigentlich nicht mehr zu diskutieren. Es kam ständig, kommt irgendeine Abwertung, eine Emotionalisierung. Ich habe dann gesagt, ich habe, also im Unterschied zu meiner Vorrednerin habe ich gesagt, ich bin nicht pro und ich bin nicht contra. Ich sage hier einfach nur, was ich weiß oder was ich für faktisch halte. Da können die nicht mit umgehen. Sofort wird emotionalisiert. Ja, wovor haben Sie denn Angst? Dann kam die Frage, wie fühlen Sie sich denn, wenn dann da oben die russische Flagge wehen würde, wenn der 2 plus 4 Vertrag... Also es ist nicht möglich, irgendwelche faktischen Dinge zu besprechen mit den heutigen Linken. Und mein zweites Anliegen ist noch was ganz anderes. Das ist einfach in einem Satz kurz gesagt, ich möchte eigentlich, dass die Verantwortlichen für den Wahnsinn, für die Impfschäden, für die Toten, die es gegeben hat, dass die zivil und strafrechtlich haften müssen. So, das war eigentlich schon, was ich mal gerade sagen wollte. Danke! Dankeschön! Zensur des Grüßen! Jojo, er sagt es noch, der Hinweis verheilt. Ich habe extra vorhin gesagt, aber gut, man kann nicht alles wissen und das ist dann wirklich... Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, der Livestream wird überleben. Ich hoffe... Wird live vom DDR Fernseh übertragen. Ja, das ist auch... Das ist auch so ein Thema. Ich meine, ihr habt mir sicher mitbekommen, dass die letzten paar Monate einige Parteien plötzlich entstanden sind. Und... Ich meine, man kann viele... Ich denke, vieles dazu sagen. Aber was mir persönlich dabei auffällt, dass auch da wieder in diese Lager getrennt wird, der eine ist... Ich nenne das jetzt einfach mal pro Sarah Wagenknecht. Der andere ist pro... Ne, sonst irgendeine Partei. Oder... Es gibt ja wirklich einige Parteien. Und die Sache ist, ich kann es nur nochmal wiederholen, kleine gemeinsame Länder. Da gibt es keine Partei. Fertig. Wir haben, wie Paul Brandenburg hier mal gesagt hat, das Dach bringt. Und wir diskutieren über die... Wie wir die... Zimmer gestalten. Wir müssen erst... Das Dach ist schon abgebrand. Das Feuer löschen. Und... Die Balken sind schon los. Ja, ich denke, das liegt tatsächlich an der Batterie, dass die so ziemlich leer ist. Aber... Es geht noch. Ja, also nochmal... Ich denke, generell, dieses ganze System ist so konzipiert, dass sie uns spaltet. Und... Auch jetzt, wo die ganzen Demonstrationen gegen rechts... Rechts... Also... Wie das... Wie das in... Leit... Leitmedien ausgeschlachtet wird. Ne? Ja? Sie gehört ja auch dazu. Lass die Menschen spalten und dann kannst du mit denen machen, was du willst. Das ist das. Das hat man in den letzten vier Jahren zu gut erfahren. Ne? Man hat ja gesehen, der eine will etwas nicht machen, der andere will gerne was machen und schon hat man einen Grund, um zu spalten. Frieden wollen wir alle. Frieden auch, ja. Das auf jeden Fall. Die Sache ist... Ich weiß nicht. So, der Nightman ist wieder da. Der war wirklich aktiviert von mir, weil ich die AGB irgendwie nicht anerkannt hatte. Das geht dann wieder. Ganz normal aber. Ha! Oh, wie tut die hier lauter? Hey, haben wir eine schöne Technik. Hey, hey, ich spiel, kann ich hier noch jetzt erst mal. Hopps, wir haben sie. Die Technik ist leiser als meine Stimme. Also alle, die hier spazieren gehen, mal ein bisschen nachdenken, für was wir hier stehen. Für Frieden, Freiheit und gegen diese Ampelregierung. Gegen diese Verrückten da. Im Reichstag. Die nicht mehr wissen, was Regieren heißt. Die haben es verlernt. Die SPD kann es nicht mehr. Kühnheit, wie es alle heißen. Sie können es nicht mehr. Ich kann da langen, überhaupt, da brauchen wir gar nicht reden. Die hat ihren Leben lang noch nie gearbeitet. Die freut sich, dass er sonst viel Geld bekommt. Und vor ein paar Tage haben sie sich gerade wieder ihre Gelder erhöht, Rentenansprüche erhöht. Mal nachdenken, wenn er als Rentner arbeitet und seine Punkte zählt, dann geht er für ein paar Euro später am Rente. Wenn er natürlich überlebt hat, hat er noch Glück gehabt. Wenn er wahrscheinlich seinen Rentenbescheid zählt, kriegt er wahrscheinlich eine Herzattacke. Also das sind katastrophale Zustände. Das gab es nicht mal in der DDR, was sich hier abspielt. Honecker hatte keine 30.000 oder irgendwas. Er hat viel weniger gehabt als der ganze Clan hier. Und einen Selbstbedienungsladen gab es in der DDR nicht. Die werden alle verschwunden. Wir müssen das wieder in die Hand nehmen. Wir sind die Menschen. Wir sind die Menschen, die das bezahlen. Der Arbeiter und die Arbeiterinnen. Die Frauen innen oder wie alles heißen. Nein, wir sind außen. Frauen innen, Frauen außen. Wie viel? Wir haben jetzt mehr Stasi als in der DDR. Mehr Stasi. Das ist doch nicht so wild. Wir kennen sie doch. Alles nicht so wild. Wir grüßen sie alle, auch wenn sie von der Hände mit der Kamera winken. Schönen Grüße. Alles nicht so wild. Aber der Tag kommt, wo ihr wieder alle zur Rechtschaft gezogen werdet, weil ihr Fehler gemacht habt, weil ihr unter Grundgesetz wieder missachtet habt. Wie Honecker damals. Er hat auch gedacht, niemand kann ihnen was. Er ist genau nach der DDR-Verfassung verurteilt worden. Und so muss Merkel und Co. Nach unserem Grundgesetz müssen sie vom Staatsanwalt stehen. Und die Frage ist, wer ist der Staatsanwalt, der macht das. Aber ich habe ja einen Vorschlag. Wenn er noch leben würde, den Generalstaatsanwalt von der DDR kümmern nimmt. Wenn er noch leben würde. Das weiß ich nicht. Wir wissen es nicht genau. Aber wir, wir müssen das in die Hand nehmen. Vor allem, wenn ich das sehe in Berlin, das kleine Häufe stehen hier, kriegt das Lachen. Kriege das Lachen wieder. Vier Wochen vergangen und es ist nichts. Und so viel Werbung. Es geht aus, als wenn wir eine Mappel-Show privat hier machen. Nein, wir müssen mehr werden. Vor allem müssen wir auch einen anderen Standpunkt nehmen. Nicht hier verstecken. Schön am Alexanderplatz, da wo die Menschen uns hören und sehen. Da müssen wir stehen. Weltzeituhr vielleicht noch. Direkt an der Weltzeituhr auch mal. Genau. Nicht hier. Hier können wir uns nicht verstecken. Du siehst, die Leute gehen ja alle vorbei. Das sind Touristen. Alles Touristen. Den interessiert das gar nicht. Die Füchse aus dem Tiergarten. Wir müssen rausgehen. Wir müssen alle. Und euch natürlich interessiert es. Ihr schaut jetzt so. Wollen wir mal sehen, wie groß die Demo nächste Woche ist? Wollen wir mal schauen, wie viele in Berlin überhaupt sich dahin bewegen? Wenn wir fällen hier schwule Lesben und Visa-Leisten sich bewegen und Friede für Jutscher, dann sind die Straßen voll. Aber wenn die Menschen, die das bezahlen, da drehen sie ihr Arsch rum und bleiben zu Hause. Ich muss ja privat, ich muss ja privat bezahlen. Ich muss ja meinen Flug noch bezahlen. Ich muss ja da noch hin bezahlen. Sie haben alle noch nicht mitgekriegt, was hier los ist. Wir kapieren es noch nicht. Wie er gesagt hat, die Hütte brennt? Nein. Das Dach ist schon eingestürzt. Die Pfeiler fangen an zu brechen langsam. Deutschland hat Pfeiler und die fangen an zu brechen. Und die brechen in Richtung Demokratie. Nämlich was sich hier abspielt, was sie mit der AfD machen, ist ja auch eine demokratisch gewählte Partei. Das ist katastrophal. So sind sie noch nicht mal mit den richtigen Rechtsradikalen vorgegangen. Jeder, der in der Richtung geht, ist ein Nazi, Schwurbler, Verschönungstheoretiker. Aber ihr braucht keine Angst haben. Was steht in Wikipedia drin bei? Querdenken? Menschen, die anders in Richtung, in allen Richtungen denken. Nicht wie die Linken sagen, geradeaus denken. Wenn wir geradeaus denken, dann haben wir Politbüro, so wie die Irren da drin. Die schauen nämlich nur geradeaus. Rechts und links können sie nicht mehr sehen. Da sind die Arme und da sitzen die anderen. Sie sehen es nicht mehr, weil sie nur noch geradeaus schauen. Sie müssen rechts in allen Richtungen gucken. Und dann sieht man das richtige Leben. Und das ist eine Auszeichnung für Querdenken. Und Querdenken kann und muss noch stärker werden. Ich finde das schön, was Bayerwig machen will wieder im August hier. Die Großdemo. Habe ich schon gehört. Am 3.8. Wir müssen raus. Sie haben Angst vor Querdenken. Deswegen haben sie sich ja Ballwegung geschnappt. Sie haben Angst vor Querdenken. Also kein Rückzieher. Haltet zu Querdenken. Und das ist genau das, was wir brauchen. Danke. Aber er hat ja nicht noch ein Gerichtsverfahren vorher. Erst mal abwarten, ob er noch frei ist. Das ist ja noch drin. Er hat doch ein Gerichtsverfahren jetzt im Mai. Also hier war er noch mal abwarten, ob er freigesprochen ist. Na logisch. Die Demonstration am 9. Warum soll der nicht freigesprochen werden? Am 9. Am Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof. Am 9. Am 9. Am 9. Am 9. 15 Uhr. 15 Uhr. Ja. Direkt an Baden. Obba los. Was ist das für eine Demo? Für Frieden, Freiheit und gegen die Ampel hier alle. Ah, okay. So was ähnlich wie... Jetzt der Anmelder, Veranstaltung? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, ähm... Ich mach das jetzt auch ein bisschen anders. Und zwar... Ich glaube, es ist die Friedensbewehrung. Ich glaube, es ist die Friedensbewehrung. Ich habe eine Demo, ein Video oder mehrere Videos im Netz aufgetaucht, wo Kinder instrumentalisiert worden sind in Berlin und die waren bei einer Demonstration gegen rechts und da würde ich dich bitte bitten, was dazu sagen, was du davon hältst. Komm, komm, komm. Alle stehen hier auf. Wir brauchen die Sorge. Zwei Leute, wir brauchen die Sorge. Alle anfangen schwer. Alle anfangs schwer. Ein Applaus. Und dann red langsamer, dann kannst du besser resultieren. Versuch es mal. Einfach so wie du denkst. Einfach so wie du denkst. Also, wir waren vorige Woche, was war das für Tag gewesen? Mensch, du musst näher rangehen am Mund. Wann war das gewesen, was für Tag war denn das? Vor einer Woche ungefähr. Wir waren vor einer Woche in Steges gewesen. Da war eine Schulklasse vom Fichtenberg-Gymnasium. Und die haben dann eine Demo veranstaltet gegen rechts. Und die haben dann gegrüßt weg mit der ASD und Nazis raus und ganz böse Parolen. Und da vorne war jemand neben, der hatte da praktisch so angepeitscht, die Leute. Und hat dann immer wieder gesagt, gegen die ASD gewettert, gegen die Nazis gewettert. Und die Schulklasse, ja, die waren da alle total begeistert und rumgebrüllt und rumgebrüllt. Aber es kam mir so vor, als wenn die das nicht von selbst gemacht haben, sondern da ist die praktisch induktioniert worden durch die Schule, durch den Lehrer und dass es nicht von ihnen selbst kam. Dass sie mehr oder weniger benutzt wurden dafür, dass sie so sind, wie sie sind halt. Und da wurde auch dann die Thema Wandelkonferenz auch aufgegriffen. Und es wurde alles gehetzt, 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 mehr oder weniger. Es wurde gar nicht einfach hinterfragt. Es wurde einfach so genommen, wie das in den Medien immer dargestellt wird. Es wurde einfach so rausgebrannt und den Kindern so gedacht. Ja. Dankeschön. Super. Danke für deinen Bericht. Das ist wirklich sehr wichtig, was du da mitgeteilt hast. Dass man Menschen, Kinder wirklich instrumentalisiert, missbraucht von Schule für irgendwelche Ideologien. Also das muss man sich mal an der Zunge zergehen lassen. Generell haben wir ja in den letzten vier Jahren viel zu viel gesehen, was hier eigentlich möglich ist. Was viele für nicht möglich gehalten haben. Hat man das durchgesetzt. Man hat Menschen gegeneinander aufhitzen lassen. Man hat Kinder auch in den letzten vier Jahren instrumentalisiert. Also das... Ich kann das nur alles zusammenfassen. Es ist ein Verbrechen gegen gesamte Menschheit. Und genauso wie die Ärzte, die wirklich nichts anderes gemacht haben, als Menschen aufgeklärt haben und wirklich Gesicht gezeigt haben. Es sind einige Ärzte, die mussten Deutschland verlassen, weil die verfolgt wurden. Alleine Carola Jaret Kistel, die jetzt wieder in Mexiko ist, die wurde aus dem Land getrieben. Ist das Demokratie? Nein. Und auch da sage ich, wenn Menschen vereint wären, dann hätte man das auch verhindern können, dass eine Dr. Carola Jaret Kistel aus Deutschland flüchten muss. Das hätte man verhindern können. Wenn wir gemeinsam halten würden, wenn wir zusammen halten würden, haben wir aber nicht gemacht. Und ich denke, diese Erkenntnis kann uns weiterbringen. Und zwar, dass wir es besser machen. Kleine gemeinsame Nenner. Die Ampel muss weg. Petition. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, mag jemand noch was sagen? Denn wenn nicht, dann würde ich gerne auch schließen die heutige Versammlung. Es waren doch einige Stimmen. Das hat mich wirklich gefreut. Vielen Dank, dass ihr euch getraut habt, was zu sagen. Letzter Aufruf. Mag jemand was sagen? Letzte Aufruf. Letzte Chance. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Ich habe nur eins gehört. Danke, Roman. Dann vielen Dank, dass ihr alle da wart. Kleinen Sonntag. Wie gesagt, nächste Generation am 7.4. um 14 Uhr hier wieder. Und wenn jeder auch eine Kleinigkeit dafür tut, damit wir wirklich wachsen, damit wir größer werden, dann wird das in der Masse gewaltig sein. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao, ciao. Danke dir, Roman. So, liebe Zuschauer, sollen wir noch mal zur zweiten Mahnwache gehen? Was haltet ihr davon? Wenn ihr dafür seid, könnt ihr noch einen Applaus, weil es ja wirklich ein bisschen komisch ist. Gehen wir alle rüber? Ja, gehen wir alle rüber. Genau. Habe ich auch die Absicht. Genau. Alle zur zweiten Mahnwache. Was? Die erste hier? Ja, das war der zweite. Jetzt gibt's die zweite. Dann mach mal natürlich das erste Mal. Moment. Da drüben ist es, da könnte man ja auch mal. Ach ja, ja. Ach ja, die zweite Mahnwache. Was war denn gestern da los? Wo war denn der Mahnwache? Ich hab das im Internet kurz gesehen. Ich weiß doch nicht, ich war ja gar nicht da. Na klar hast du gefilmt. Nein, das war hier bei den anderen. Das war nicht die Mahnwache. Das war nicht die Mahnwache. Das ist das erste Mal. Das waren hier die Mittelstandsproteste Bauern. Das war was anderes. Hab ich aber zigmal gesagt, dass das nicht die zweite Mahnwache ist. Ja, das sind die, die wir ja seit Januar oder so sind, die sich abgespalten haben von dem Martin, nicht Martin Mahnwache. Jetzt weiß ich ja. Die kennen wir ja schon. Dann können wir nicht gehen, ja. So, lasst mir auf jeden Fall, wer jetzt abhauen will, lasst mir bitte ein Abo da, Glocke bitte nicht vergessen zu aktivieren. Auf alle, damit die auch so nachrichtig werden, kommen vielleicht auch auf Telegram. Da steht in der Videobeschreibung drin, unter, ne, haben sie es versteckt. Jo, vielleicht posten die Mods das auch noch rein, wenn er ein bisschen loscrollt. Der Nightbot hat das auch mal reingepostet. Äh, Quatsch. Die Telegram-Kanäle hat er glaube ich nicht reingepostet. Aber gut. Machen sie aber die Mods noch, für die Leute, die jetzt schon gehen wollen. Hallo. So. Ich rede hier mit, äh, meinen Zuschauern. Ich rede mit meinen Zuschauern. Ah ja. Wie gehen jetzt für das zweite Mal aus? Das zweite Mal aus? Ja. 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 Ich bin ja nur am Dokumentieren. Ich fordere mich auf. Wir wollen jetzt noch zur zweiten Malenwache gehen. Ja. Könntest du bei dir den Link? Ja. Kann ich machen. Mach ich. Bitte. Ciao. Ciao.